hey leute jetzt geht's los mit brave die suche nach dem geistertänzer jetzt werde ich das für euch let's playen ok öffnen wir mal die box zd ist tipptopp rein damit in die blazer und auf geht's moment go ich hoffe es gefällt euch so schauen wir mal was uns da erwartet wie gesagt ich kenne es nur von der demo möchtest du jetzt eine speicherdotei erstellen ja natürlich ist bei jedem spielstandard letztens so brave daten werden gespeichert ein jahr später sind fünf jahre jetzt geht's los ich drücke jetzt die starttaste meine freunde neues spiel ja geheime totems da gibt es sammlerstücke 0 von 48 nehme ich mal den ersten spielstand und fahre fort jetzt bin ich mal gespannt wie das spiel so ist der ladebildchen sieht schön aus schönes bild ich zeig mir nochmal das cover Achtung es kommt angeflogen es will sich aber nicht zeigen weil naja hier ist es und jetzt let's play die ladezeit ist rum ich hab sie überbrückt ich erzähle euch einen kurzen witz bevor es los geht der kürzeste witz aller zeiten haltet euch fest ps4 ich bin xbox one zocker ihr möget mich steinigen aber die xbox one ist einfach besser nach der ps4 brauche ich erstmal ein bier so das spiel geht jetzt gleich los hier ist irgendwie ein hungriger bär oder was das sein soll und eine indianer frau ähm ja ich denke mal die müssen wir befreien oder so die sehen komisch aus die charaktere irgendwie okay der bär hat mundgeruch das sagt alles hebe einen stein auf mit kreis okay wirf den stein okay direkt an den kopf bier Mann hihihihihihi mtau tut mir leid ich hab gerade lachpresher Der haue Bär! Hilfe, Mann! Der will mir ans Leder! Der Bär ist schlecht gelaunt, Mann. Der hat heute nur nichts zum Essen gekriegt. Ups! Ach du Scheiße, Mann! Ist das hier der Crash Bandicoot oder Brian? Fuck! Oh Gott, Mann! Ich kann heute Nacht nicht schlafen! Ich habe auch Teufel von dem Bär! Scheiße, Mann! Ich habe jetzt schon einen Altraum! Kennt ihr Winnie-Pooh? Das ist das Gegenteil von Winnie-Pooh, Alter! Ich zock noch ein bisschen und ich bleib jetzt ernst. Also ich bin ja der Henry Ernst von der GamePro, aber ich bleib ernst! Lach gerade total! Lachfleisch! Was ist das für ein altes Sack? Lachfleisch! 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 Ich bin bereit! Hier ist jetzt wieder eine Cutscene, die kann man nicht wegdrücken, oder? Doch! Normalerweise drücke ich keine Cutscene weg, aber ich will euch ja noch einen Eindruck vom Spiel verschaffen. Lachfleisch! Der Bär ist tot! Ich schaue mich jetzt mal um! Ey Leute, ich habe ein Lachfleisch ohne Ende! Ich beende hier das Video! Bis zum nächsten Mal, euer Maik!